Herzlich Willkommen bei SWW Airline. Mein Name ist Katharina. Mein Name ist Stefanie. Und mein Name ist Ariane. Und ich bin Ihr Kapitän. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. 11 Minuten und 23 Sekunden. Ich hab's geschafft! Wo sind gar nicht die ganzen Ladies? Bevor wir uns um deine Ladies kümmern, brauchen wir erstmal eine Unterkunft. Dann aber Ladies. Das Buch ist das Haus, in dem ich wohne. Früher war das alles viel einfacher. Im Krieg war mal da... Nicht anfassen. Bakterien. Wie kommen wir jetzt eigentlich hier wieder weg? Leute? Finden Sie's heraus!